Die Außen- und Verteidigungsminister der EU-Staaten wollen am Donnerstag bei einem Treffen in Slowenien über den Umgang mit den Entwicklungen in Afghanistan beraten. Thema wird unter anderem sein, wie mit den neuen Taliban-Machthabern umgegangen werden soll und wie nach dem Truppenabzug weiter Unterstützung für Schutz- und hilfsbedürftige Menschen geleistet werden kann. Für die Verteidigungsminister stellt sich die Frage nach den Lehren, nach dem Sturz der provestlichen Regierung. Aus Sicht des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell zeigt das Afghanistan-Debakel vor allem dass die EU militärisch unabhängiger werden muss. Der Spanier will deswegen unter anderem Diskussionen über den Aufbau einer neuen militärischen Eingreiftruppe vorantreiben. Eine solche Einheit hätte demnach zum Beispiel genutzt werden können, um nach dem Abzug der USA einen Weiterbetrieb des Flughafens in Kabul für Evakuierungsflüge abzusichern. Die jüngsten Abhängigkeitserfahrungen der EU sollten aus Sicht des EU-Chefdiplomaten ein Weckruf sein. Er meint, eine strategisch unabhängigere und militärisch handlungsfähigere EU wäre besser in der Lage, die Herausforderungen in der Nachbarschaft Europas und darüber hinaus anzugehen. Zudem wäre eine stärkere Europäische Union auch ein Gewinn für die Vereinigten Staaten. Das Afghanistan-Debakel sollte Europa ermutigen, sein Engagement und seine Fähigkeiten zur Verteidigung seiner Interessen zu stärken. Mit klaren Worten sprach sich Borrell auch für einen Dialog mit den Taliban aus. China, Russland und der Iran werden in der Region einen größeren Einfluss haben. Pakistan, Indien, die Türkei und die Golfmonarchien werden sich alle neu positionieren, so seine Prognose. Man dürfe nicht zulassen, dass diese Länder künftig der einzige Gesprächspartner seien. Weiteres Thema der getrennt organisierten Gespräche dürften unter anderem die Versuche von Belarus sein, Migration als Waffe gegen die EU einzusetzen. Bei den Verteidigungsministern soll es zudem um den geplanten strategischen Kompass und die laufenden EU-Einsätze in Ländern wie Mali gehen. Als Gast wird beim Treffen der Verteidigungsminister NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg erwartet. UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi soll den Außenministern per Videoschaltung seine Einschätzung der Lage in Afghanistan geben. UNO-Flüchtlings Later UNO-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi sein